Was, jemand da verfolgt? Ich hab ne'n Steinschwert für dich. Ja komm, 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 schnell, schnell, schnell. Ich brauch das jetzt. Hallo Leute und herzlich willkommen bei PvP Survival Games mit Bontu. Ja, ich bin es, der Bontu. Bro. Der DJ Crafter. DJ Crafter LP. DJ Crafter LP. Ich hab voll leid. Ich hab' fast in dir gekrackt. Aber ich bin bei meiner Ruder, die ich die Freunde... Ich hab' dir Helm. Ein Eisengelm. Dir Helm. Ich bin hinter dir und hab' ein Goldhemd für dich. Ach du, da ist noch jemand. Nein. Fähnissprung. Fuck you. Ich geh' da mal hoch. Ich hab' noch einen Bogen. Was hast du für mich? Ein Goldhelm. Wow, du bist aber sehr tüchtig. 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 Da oben bist du, oder? Hier ist nichts. Fick dich! Da ist gar nichts. Ah, da bist du. Kommt. Ist da noch jemand? Ah, ich hab' nichts. Ich hab' auch nur einen Eisenhelm. Ach so, es ist ja auch... Warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist eine Kiste noch. Hier ist auch noch eine. Hier ist schon leer. Hier ist auch noch eine. Ich weiß das. Ich geh' mal gegenüber. Zu der anderen Insel dort. Da sind nämlich ein paar Kisten. Ah, hier kommt man rein. Okay, ich bin jetzt im Schiff unten drinnen. Das ist eine Kiste? Die kann ich lernen. Ja. Ja. Ich hab' sie gelernt. Ich geh' zu gegenüberliegenden Inseln. Ich hab' noch ein Krönchen für dich, aber das brauchst du nicht. Wo bist du jetzt? Gegenüber. Hier ist noch eine Insel, wo noch viele Kisten sind. Ich hab' ein Steinschwert und eine Steinaxt. Bei diesen Fischdingern da? Oder wo? Nee. Hey, ich komm' gleich wieder zurück. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Bei diesen Fischern. Fisch. 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 Nein, da ist jemand. Glaube ich. Das jemand. Schnell kommt zu mir, Mann. Mein Junge. Wo du bist. Irgendwo hier in der Stadt. Der verfolgt mich gleich. Nein, ich bin. Ich geh' zurück zum Spawn. Oder ich bin bei diesem kaputten Schiff. Ah, sie am Anfang waren da. Okay. Ich bin genau gegenüber. Schieß du nicht? Ich hab' noch eine Steinaxt. Hier sind noch richtig viele Kisten. Ich leere die mal alle aus. Da ist noch jemand mit deinem Goldschwert da. Oh, bist du. Ich bin beim Schiff, da beim kaputten. Ich hab' auch eine Kettenhose. Scheiße, mein Junge. Hilf mir noch. Ja, ich komm' jetzt. Ich wollte auch noch ein bisschen essen. Da ist jemand der verfolgt. Ich hab' ein Steinschwert für dich. Ja, komm, 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 schnell, 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 schnell. Ich brauch' das jetzt. Bist du? Ja, das bist du. Ich komm' runter, ich komm' runter. Punch! So. Das... Das war meins eigentlich, aber ist dir ja egal. Ja. Das hab' ich schon. Hast du noch Essen? Und... Oder... Pfeile, hast du Pfeile? Nee. Ja, scheiße. Nimm das mal. Oder? Brauchst du's nicht. Was? Na, ich nimm's einfach. Wir haben ja noch keinen Problem. Das hab' ich schon ausgeleert. Ich komm' da am Spawn, ist, glaub' ich, einer da am Spawn. Ich glaube. Danke für das Steinschwert. Na, hier ist noch da drin. Nein. Wir gehen mal da durch. Und dann hin und dann da. Und dann hin und dann da. Und dann hin und dann da. Dann hier und dann da. Und dann hier und dann da. Da auf der Insel. Oder auf das Schiff, auf Schiff. Ist das jemand da? Da waren schon viele. Ah! Hier ist noch ne Kiste hier oben. Ist auf dem Schiff noch jemand? Wo hier? Ich glaub' nicht. Hey, da oben war ne Kiste, aber die ist schon ausgeleert. 或 das... Weil er am besten halt. Ja, mal hoch. Wahnsinn. Okay, komisch. Ich find' hier keine Kisten. Krass der. Einer oder eine Kiste. Die ist noch voll, ich hab' einen Bogen fertig. Okay. Wo bist du? Ich komm'. Ich bin da wieder runter, da bist schon gegangen hier. Hier... Da drin liegt der Junge. ja ich habe ihn schon gesehen wo die Ersachen manchmal findet man überhaupt keine Pisten. Ah, meine Wien da an mann Wo bist du? Vertrieben Siehst du mich nicht mehr? Nö Boah Junge Es leckt auch der bist gerade voll Nein, jetzt habe ich wieder gesagt. Oh, das ist ein Gegner! Scheiße, die kommt zu mir Wenn ich wüsste, wo du bist Ja, irgendwo hier immer noch auf dem Hügel oben Junge, Junge Nein, der killt mich Nee Du bist Ponto, der killt dich nicht Ich bin da, ich bin gleich unten Ich sehe das Da, hier oben auf dem Berg ist jemand Den killen wir Los killen, killen, killen Ich geh von hinten Ich geh von oben und du gehst von hinten, äh von vorne Wow, du schlag Gehst du denn? Geh weg, geh weg! Nee, schaffe ich nicht Nee, schaffe ich nicht Kill him Boos den zurück, dann kann ich ihn schlagen Wenn ich ihn schlagen, stirbst du Der, der, ich bin, der kann mich one-hitten Schnell! Ich nehme mich auseinander Wo ist er denn? Nee, geh nicht hier runter, ich geh runter Booste mich, booste mich! Wo? Ich habe mich gefehlt Boost! Und, hat der irgendwas wichtiges? Viele, drei Holzschwerter, mein Junge Okay, dann können wir uns essen machen Oh, ich hab dir! Ja Ah, das war der, der am Anfang die dirs geklaut hat Pass auf, pass auf Okay, das ist so nötig Drei Gold, drei, vier Pfeile Oh, ich hab so viele Holzschwerter Hier nur Angel für dich War kurz, ah ne, ich hab noch gar keine Angel, sorry Das, da brauchst du noch ne gute Hose, nein, hast du Hm, raus mit dem Scheiß Hose Danke für den, äh, Harnisch Ähm, da hat er hier oben Gut Dann haben wir alles Hier ist eine Ruine, gibt es eine Küste Hm, keine Ahnung, du hast Ruine, wo Ah, das ist keine Ruine, das ist so Das sind Blätter Scheiße, ne? Schimmel Das ist sie, so Dort ist nur ne Kiste, aber die ist leer Äh, wie viele Leute hier leben noch? Sieben Tributen Sieben Tribute leben noch Okay, da schaffen wir die Jelle Ja Okay, wo bist du denn? Sauglinge Ich hab drei Gold, willst du ein bisschen? Hm Für was? Keine Ahnung, das sieht schön aus Goldapfel Vielleicht können wir mal hier hoch, vielleicht Oh, hier ist noch die Kiste Nein, die ist leer Scheiße Ich glaub ich war hier Ich glaub ich war hier Die Kisten Das fette Schiff Nein, die sind da leer Ich komm mal lieber zu dir da Vielleicht ist hier noch irgendwas Nein, nein Ähm, hier ist auch jemand hier sind aber auch voll viele kisten ja was wo diesen lassen pass auf ist da jemand das sind voll viele das sind drei leute also scheiß das sind zwei leute pass auf pass auf ok nein ich auch soll wo ja ich bin tot ja ich bin tot so ne scheiße ok da ist einer mit eisenrösten ja immer ich muss der moda das ist ihm oh der hat bogen ja ja ich bin so gut wie tot ich bin tot ah ok war trotzdem lustig irgendwie ok dann wars das mit dieser folge leute ja ciao ciao ja 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 ja